Der Bravia XR90L ist ein großartiger 4K HDR-Fernseher, wenn Sie Sport leben. Und hier ist der Grund dafür. Er ist hell. Die Helligkeit trägt dazu bei, dass das Sportereignis, das Sie sich ansehen, klarer und tiefgründiger wird und Sie sich mehr als Teil des Geschehens fühlen. Vor allem, wenn Sie tagsüber in einem hellen Raum zuschauen, da die hohe Helligkeit den Blendeffekten von außen entgegenwirkt. Durch die Kombination unserer XR Triluminos Pro-Technologie können Sie die Farben und die Spannung des großen Spiels in Ihr Wohnzimmer holen. Die Technologie, die hinter der Helligkeit des X90L steht, ist eine Full Area LED Hintergrundbeleuchtung. Full Area LED platziert mehr LEDs über den gesamten Bildschirm, wobei jede Zone präzise in Echtzeit gesteuert wird. Wir haben dies mit unserem XR Contrast Booster kombiniert, um helle Bereiche heller und dunkle Bereiche dunkler zu machen. Keine Details mehr, die von Schatten überdeckt werden oder an überstrahlten Lichtern verloren gehen. Nur atemberaubender Kontrast, Farbe und Tiefe. Ob ein Skifahrer einen Alpenpass herunterraßt oder ein Schwimmer durch den Pool gleitet, beim Sport dreht sich alles um Bewegung. Ein Fernseher, der für Sport geeignet ist, muss in der Lage sein, seidenweiche Bewegungen zu liefern. Der X90L hat ein natives 100 Hertz Panel, das bis zu 100 Bilder pro Sekunde darstellen kann. Das bedeutet vielflüssigere Bewegung als ein herkömmlicher 50 Hertz Fernseher. Darüber hinaus nutzt die einzigartige XR Motion Clarity von Sony die Full Area LED Hintergrundbeleuchtung, um sicherzustellen, dass der Ball nahtlos in Richtung Tor gleitet, ohne zu ruckeln oder zu verschwinden. Wenn Sie sich ein großes Spiel ansehen, möchten Sie das Gefühl haben, im Stadion zu sein. Und der Sound trägt dazu bei. Die Akustik-Multi-Audio-Technologie des X90L verwendet eine Kombination von Lautsprechern einschließlich der einzigartigen Sound-Position in Tweeters von Sony, um den Klang so zu positionieren, dass er vom Bildschirm zu kommen scheint. Wenn das, was Sie hören, genau mit dem übereinstimmt, was Sie sehen, erleben Sie ein noch intensiveres Sporterlebnis. Mit der Akustik-Center-Sync-Funktion können Sie Ihr Home-Entertainment sogar nach einer Stufe höher schrauben. Dabei wird das Audiosystem Ihres Fernsehers mit einer kompatiblen Soundbar von Sony synchronisiert, dass beide zum Center-Lautsprecher Ihrer Anlage werden. Dadurch wird die klangliche Positionierung der Audioquellen innerhalb jeder Szene sowie die Klarheit der Dialoge verbessert, sodass Sie Kommentare immer laut und deutlich hören und sich trotzdem als Teil des Geschehens fühlen. Dank des dreifach verstellbaren Standfußes passt die Soundbar perfekt unter den Fernseher, ohne den Bildschirm zu verdecken. All diese unglaubliche Bild- und Tontechnologie wird von unserem kognitiven XR-Prozessor gesteuert. Eine echte Revolution in der Bild- und Tonverarbeitung, die versteht, wie Menschen im wirklichen Leben sehen und hören. So erkennt er zum Beispiel, dass sie sich auf den Spieler mit dem Ball konzentrieren und dass die Geräusche der Zuschauer aus allen Richtungen kommen sollten. Mit diesem komplexen Verständnis stellt der X90L dann Szenen in Ihrem Wohnzimmer nach, die so realistisch sind, dass Sie sie vor Ihren Augen ablaufen sehen und die Action um Sie herum hören können. Und schließlich ist der X90L nicht nur hell, sondern auch umweltbewusst. Er gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie Ihren Energieverbrauch und möglicherweise auch Ihre Energiekosten senken können. Unser neues Eco-Dashboard ist super einfach zu bedienen und zu verstehen. Je mehr umweltfreundliche Einstellungen Sie aktivieren, desto mehr wächst Ihr virtueller Baum. Das Menü enthält ein einfaches Eco-Setup, das Sie durch Ihre Optionen führt. Den Energiesparmodus, der die Helligkeit bei Bedarf automatisch reduziert, ein Lichtsensor, der die Helligkeit entsprechend der Lichtmenge im Raum anpasst und eine Funktion zum Ausschalten des Fernsehers im Leerlauf, die den Fernseher intuitiv ausschaltet, wenn er eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wird. Und wenn Sie auf der Suche nach einem großartigen Sportfernseher mit einer wunderbar hellen, gleichmäßigen und klaren Bildqualität sind und einem ebenso guten Klang, dann sollte der Bravia XR90L Ihre erste Wahl sein. Und wenn Sie auf der Suche nachdenken können,